Hallihallo, liebe YouTube-Gemeinde und liebe Widmi-Gemeinde, hier ist die Saar aus Dessert mal wieder für euch. Und wie ihr hier unten lesen könnt, mache ich heute wieder mal eine Challenge. Ich weiß, dass ich gesagt habe, ich weigere mich vehement dagegen, aber die ist wirklich hart. Ich habe jetzt schon einige YouTuber gesehen, die diese Challenge gemacht haben. Die ist auch schon etwas älter. Jetzt will ich die auch mal ausprobieren, weil ich die ehrlich gesagt wirklich, wirklich schwer finde. Und das ist die Try Not To Say Oh Challenge. Ich bin schon raus. Schon mal beim Geist bin ich raus. Das ist ein Geist aus Star Dualli. Ich verlinke euch ein Video zu Star Dualli mal hier unten in die Infobox. Und das ist ein Geist davon. Den habe ich von Elisa, von Elisamina. Und ja, schöne Grüße an dich. Und bei dem mache ich ja schon... Das darf ich aber jetzt nicht mehr machen. Also drückt mir die Daumen. Ihr könnt auch mitmachen. Gerne mitmachen. Oder ihr findet auch den Link zu anderen Challenges hier unten in der Infobox. Ja, dann würde ich sagen, versuchen wir mal nicht, oh zu sagen. Los geht's! Wie viele Schweinchen sind das? Okay. Besser als Manuel Neuer auf jeden Fall. Oh mein Gott. Das ist schwer. Was macht ihr denn? Das ist kein Try Not To Love Channel. Oh mein Gott. Oh nein. Ja, gut. Hat ihr Angst vor Rosen? Katze. Hm. Oh Gott, ist das schwer. Oh, schwer, 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 schwer. Oh Gott, ist das schwer. Okay. Ja, ich traf dich Huckepack. Na? Oh. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war jetzt, oh mein Gott. Oh, knapp. Hey, Daddy's home. Alter. Oh mein Gott. Der kriegt sich jetzt erst mal nicht ein. Oh mein Gott, der kriegt sich auf das Nervepack da oben. Das ist ein Welpe. Freiwillig gemeldet Wölfe? Das sind echt große Wölfe Wahnsinn Alter Das ist schon wieder ein Welpe und der ist so klein Oh Gott Hat er Schuhe an? Das ist ein Huhn Der läuft jetzt nicht lang um oder? Oh mein Gott Kämpft er? Ja Oh Ha 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 Das geht schief Oh mein Gott Gott sei Dank ist das Versuche nicht zu lachen Challenge Oh mein Gott 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 Verdammt Oh nein Ich hab auch verloren Oh Gott Ihr seht ich hab auch wirklich verloren her ich glaube als bestrafung für mich selber mache ich jetzt dann demnächst noch eine challenge ich fand die challenge wirklich schwer und ich gucke ich habe viele youtuber geguckt amerikanische youtuber die das gemacht haben und ich fand es bei denen so witzig dass ich das auch mal ausprobieren wollte deswegen müsst ihr euch auf meinem kanal jetzt noch mal eine challenge antun aber ja ich habe ja auch verloren also es ist wirklich wirklich schwer wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt wie gesagt guckt hier unten in die infobox und da verlinke ich euch ein video davon hat von euch jemand gewonnen schreibt mir unten in die kommentare wenn euch das video sonst gefallen hat dann lasst mir einen daumen nach oben da wie sonst auch immer und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt dann abonniert mich doch ganz schnell was meint ihr dann soll ich mal eine trainer zu love challenge ausprobieren und grottig grottig verlieren ich wünsche euch noch einen wunderschönen sonntag eine schöne nächste woche und da kann ich nur noch sagen